hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft village mit dabei ist immer noch die crew von letztem mal hier kann man es auch sehen der liebe national der liebe samix und der liebe yolo gamer besser bekannt als thunder hd und ich wollte jetzt mal weiter bauen hier an meiner hütte da würde ich sagen dann machen wir auch gleich weiter wie nennt man das dekoration die kroatien ist es nicht mit dem dach ich die kroatien dach so ich habe mal kurz während der aufnahme pause da hinten ein paar bäume gefällt dass ich auch wieder frischen staff ab es ist ja schon echt geil aus bisher so viele häuser stehen halt nicht und ist halt man muss ehrlich sagen ich weiß jetzt nicht in der wievielten folge wir sind oder weiß ich wirklich nicht aber ich finde ich glaube schon ungefähr dass ich es müssten so ungefähr zehn folgen sein oder sowas und für diese zehn folgen ist ja echt bisher noch nichts passiert muss man ja mal ganz ehrlich sagen also hier stehen halt wirklich nur drei häuser mainz national sein dass gerade höher wird und das wo nach an doch wo nach rein soll haben wir mal so mal das kurz das ist ja wirklich hier so ich habe auch vorhin glaube ich rechte gekriegt für irgendwas kann mal gucken was man da machen ob ich da was machen kann spiele ausschließen ich kann nichts was option alles übliche die hat aber wieder entzogen gerechte eins haben wir noch das mal dahin und dann können wir schon wieder abbauen und ich glaube ich mache dann auch wieder so einen zaun drumherum dass irgendwo eine lücke dass ich aufs dach kann das dann einfach nur eine kopierte das sind eigentlich ganz normale dorfbewohner häuser npc häuser wie man sie aus jedem spiel kennt nur halt etwas größer jetzt in dem fall aber das hört auch nicht so schlimm hoffe ich doch weil wir spielen schon eine zeitlang minecraft so ist es nicht aber so richtig erfinderisch sind wir noch nie gewesen so ach so es gibt ja jetzt auch noch verschiedene ganz vergessen komm ich lege mal schnell ein paar sachen raus das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht gut das und das 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 und weiter geht's während da jodo game na so ohne apfel nahrung immer wichtig so viel gibt es ja gar nicht ich habe vorhin so einen komischen baum abgebaut und dieser baum sah in etwa so aus so mehr war das nicht hat funktioniert so auch ehrlich gesagt etwas interessant aus und jetzt bin ich halt mal überlegen der baum ist mir zu groß mobbing aber arbeitsplatz hier aber ich will jetzt mal gucken was er jetzt gemacht hat hier ja gut hier hat sich nicht viel geändert nein gibt es bank schön dann brechen wir mal ein ins häuschen aha interessant er wird mich da an hat den hund ich glaube der hund ist sauer auf mich immer mal runter und gucken wir da rein wo ist der hund der mich an knurrt ich habe den hunden gibt er immer namen wenn man die dann tötet dann ist er richtig sauer alter was ist denn das bitte alles ja richtig nice aus seht ihr der liebe samix hat bessere einfälle als wir ist kreativer aber wo ist jolo gamer ich hab die noch von hier lang laufen sehen hier kann man super steiner bauen na wo ist denn der hin wo will der kerl bauen da hinten ist jemand gehen wir doch mal dahin der national schon wieder ein richtiges stalker jetzt hier aha schämlich so mal schön ein bisschen fleisch gekriegt ich finde es hier auch ehrlich gesagt richtig geil schaut mal wie das schön aussieht hier schön ist das sand denn jetzt schon die wüste naja so viel habe ich jetzt auch noch nicht gebaut jetzt merke ich gerade wenn ich so mal hier auf die uhr guck und es wird schon wieder dunkel auch nee ganz übel ganz übel so dann füllen wir nochmal bäume und bauen das dach fertig dass ich wenigstens mal ein dach habe hier und auf nahrung muss ich auch noch aufgehen also drauf wenn man das nahrung felder 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 muss ich auch noch bauen so jetzt habe ich es endlich mal wenn wir den mama auch noch schnell weg so dass auch niemand lust hat hier zu schlafen nein man muss ja die können ja auch richtig betten mitnehmen so ne ich bin falsch ich muss von außen so immerhin wieder 20 reicht nicht ganz aber immerhin etwas so na toll na komm jetzt so na ganz super so blöd kann aber auch nur ich mich anstellen machen wir hier noch ein bisschen was weg ich freue mich ja schon auf das neue update das kommen soll im dezember soll es glaube ich kommen wenn ich mich nicht irre da soll ein paar neue sachen dazu kommen also wirklich geile sachen ich glaube auch unter anderem das teleport system da mit diesen knöpfchen und neue gebiete sollen auch dazu kommen für was es im kreativen modus ja schon das holz gibt da kommen jetzt auch die gebiete dazu und die bäume und ja da freue ich mich schon drauf wenn es wieder neue sachen gibt viele hunde ist hier einfach aha da will jemand schlafen da bin ich doch auch voll dafür na schnell kommt auch noch jetzt die frage wo ist jolo gamer jo spam doch erstmal alles voll hier hier ist nirgendwo ein jolo gamer weit und breit doch jolo gamer ist ja auch schon hat ein bett mitgenommen ja gut dann bin ich jetzt der einzigste perfekt man ist ja darunter gegangen wenn du mal sehen hier so schnell geht das so wieder neue am pflanzen ist ja auch wichtig da hinten liegt wolle kommen auch immer gebrauchen und frische bäumchen ich denke mal wenn die aufnahme vorbei ist dann dann werde ich mal ganz kurz stein irgendwo abbauen gehen eventuell unten in der mine oder da hinten da mache ich das zum steinbruch da muss auch mal gucken und dann würde ich sagen dann gehe ich mal auf brückenbau die nächsten folgen ist ja auch wichtig so elf stück haben wir wieder das heißt das wird jetzt reichen perfekt weg damit lassen wir mal auch weg nach ein stand für für dorfbewohner warum nicht so irgendwas wollte ich jetzt das abbauen was geht denn hier ab alter gefangen ja ja du würdest wohl gerne wieder raus da hast du schon ein halsband an zeig dich mal komm her ja du bist noch frei kann ich doch mal gucken ob ich knochen hier habe ja natürlich habe ich hier knochen hündchen bist du ein knochen mit dem ersten hat es funktioniert perfekt du kriegst aber ein blaues halsband ich habe doch hier irgendwo lapis gehabt da komm her hündchen du bist jetzt blau so perfekt besser geht es doch gar nicht jetzt haben wir auch ein bodyguard ja noch naja komm her alter komm her komm her komm her mal sitz hier das ist ein zombie so mal gucken ob ich jetzt ein paar ja die hier bauen kann naja ein bisschen geht da was dann hätte ich aber noch gerne probiere aus digis hier was so aus digis mal hier mal einfach mal sechs stück würde ich sagen dann kommt man hier hoch die uhr es ist schon zeit so würde ich sagen dann mache ich mal das schon fertig mache ich das noch schnell fertig so was denn heute los und ich würde sagen meine freunde wir sehen uns in der nächsten folge wenn es wieder heißt let's play minecraft village bis dahin leute